Was ist unser neuer überarbeiteter Azo-Dosithener und Azo-Dosithener-Aufgabestation? Das Besondere bei dieser Komponente ist, wir haben eine neue Andockung. Früher gab es das Reibrad, mittlerweile ist es ein Winkelgetriebe und eine spezielle Clown-Kupplung, bei der wir auch die Möglichkeit haben, bei Schüttgütern mit einer Mindestzentenergie von 1 bis 3 mJ zu agieren. Das bedeutet, innen Atex-Zone 20, außen Atex-Zone 22 kein Problem. Deshalb ist die Schnecke innen drin auch doppelt gelagert. Wir haben die Druckluftabreinigung und Spülung vorne dran. Auch eine spezielle Andockung für die Druckluft ist dabei. Somit ein sehr kompaktes Gerät für die Dosierung von einzelnen Schüttgütern in Containern. Untertitelung des ZDF, 2020